Ja, schön euch alle zu sehen. Es geht ja dann schnell, irgendwann gewöhnt man sich dann auch schnell wieder dran an das Sehen, aber manche sind auch das erste Mal seit langem wieder hier. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wir sind im Buch der Sprüche. Gott gibt uns Worte. Heute, als unser Vater, hat er uns hier dieses ganze Buch gegeben. Und darin stehen so viele gute Worte, so viel Ermutigung, so viel Ermahnung, so viel Wegweisung, so viel Offenbarung, so viel Licht, wie wir gesungen haben. Wisst ihr, Gott ringt um uns, er möchte unser Herz. So steht es hier in Kapitel 23, Vers 12. Bring her zur Zucht dein Herz und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Bring her zur Erziehung dein Herz und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Wir haben das schon öfter gesehen im Buch der Sprüche. Es geht ja oft auch um Erziehung. Dass diese, ja, diese Aufgabe, die wir als Eltern an unseren Kindern haben. Aber es ist nicht nur die Aufgabe der Eltern. Und das finden wir in dem Buch der Sprüche eigentlich immer wieder. Diese Aufforderung an die Kinder. An die, die erzogen werden. Und ich weiß nicht, an wen du jetzt denkst. Denkst du an dich selbst? Das ist das Wort Gottes, unseres Vaters, an uns, an dich, an mich. Gott spricht zu uns als seinen Kindern. Und was sagt er? Komm her. Wisst ihr, wir hören das so gerne, das Wort, was Jesus sagt. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und ja, das ist die Wahrheit. Jesus sagt, komm her zu mir. Er lädt uns ein. Die Tür ist offen. Komm doch zu mir. Ja, und komm mit deinen Lasten, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deiner Mühsal. Komm so wie du bist. Du brauchst nicht erst perfekt zu sein, um zu mir zu kommen. Komm auch mit deiner Schuld. Komm mit deiner Verunreinigung. So wie du bist. Komm. Aber bring mir auch etwas. Du kannst etwas bringen, denn du hast etwas. Ich habe es dir nämlich gegeben, ein Herz. Dein Innerstes. Du bist nicht ein lebloses Wesen, sondern du hast Leben von mir bekommen. Und noch mehr. Du bist nicht einfach nur eine Kreatur, die einfach von ihren Instinkten getrieben ist, sondern du hast eine Persönlichkeit. Du hast eine Identität. Du bist mein Ebenbild. Ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild. Du hast ein Herz. Du hast eine Seele. Und noch mehr. Gott spricht hier zu uns als seinen Kindern, die wir aus dem Geist geboren sind. Er hat uns neu geboren durch das Evangelium. Wenn du ein Kind Gottes bist, in diesem Sinne, dass du nämlich von Gott neu geboren bist, dass du erkannt hast, dass dir die Augen aufgegangen bist, dass du erkannt hast, es gibt einen Gott, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, der mich liebt. Ja, noch mehr, der meine Sünde, all meinen Aufbegehren gegen ihn, meine Gottlosigkeit, er hat sie getragen, er hat sie hinweggenommen, er hat sie auf sich genommen und hat mir meine Sünde vergeben. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sagt Gott, der Vater, zu dir heute Morgen, komm, komm her, so wie du bist. Kannst du kommen, darfst du kommen, sollst du kommen. Aber bring mir etwas. Bring mir dein Herz. So sagt er es auch in Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott dringt um unser Herz. Er möchte nicht, dass du einfach nur hier sitzt. Wie, ich habe das mal bei einem Lied von Keith Green gehört, so ein alter Jesus-Freak, der schon lange beim Herrn ist. Aber der Spruch ist schon alt, den hat er auch irgendwo gehört. Also, in die Kirche zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, macht dich so wenig zum Christen, wie es dich zum Hamburger macht, wenn du zum McDonalds gehst. ist so ein Spruch halt, ist so ein Spruch halt, so ein witziger Spruch. Es bringt nichts, in die Gemeinde zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen, wenn du nicht Gott dein Herz gibst. und was es heißt, sehen wir hier in Vers 12, bringen her, zur Erziehung dein Herz. Das bedeutet, sei bereit, dich erziehen zu lassen. Wisst ihr, und da, was dazu gehört, ist Demut. Es ist die Erkenntnis, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht vollkommen richtig, so wie ich bin. ich kann noch eine Menge lernen. Wisst ihr, es ist die Einsicht und die Erkenntnis, ich bin noch nicht fertig. Da ist noch so viel, was ich nicht kann, was ich nicht verstanden habe, was in meinem Leben noch nicht richtig funktioniert. Ich brauche Erziehung, ich brauche Hilfe, ich brauche Lehre, ich brauche Unterweisung, ich brauche Anleitungen, ich brauche Ermutigung, ich brauche Motivation, ich brauche Stärkung, ich brauche Training, ich brauche Zurechtweisung, ich brauche Korrektur. Geht es dir so? Glaubst du das? Ist das in deinem Herzen? Gott sagt, komm, bring mir dein Herz und gib es mir, bring mir dein Herz zur Erziehung, dass ich dich erziehen kann. Wisst ihr, Erziehung funktioniert nicht, wenn es aufgezwungen ist. es funktioniert nicht. Es ist nur etwas Äußeres, etwas, wo du, wenn du mit größtem Zwang hineingepresst wirst, in ein System, in eine Erziehung hineingepresst wirst, ist, ja, aufgrund des Zwangs machst du das, was dir gesagt wird. Aber du suchst jede Möglichkeit, jeden Schlupfwinkel, wo du ausbrechen kannst. weil du es nicht in deinem Herzen annimmst. Wisst ihr, Gott möchte nicht irgendwie Menschen in sein System, in seine Ordnung zwängen und hineindrücken, sondern er möchte unser Herz, dass wir Ja dazu sagen. Er möchte eine Liebesbeziehung mit uns haben, weil er unser liebender Vater ist und so liebenswürdig. Wisst ihr, darum ist er in Jesus, in diese Welt hineingekommen und hat sein Leben für uns gegeben. Nicht damit wir jetzt unter Druck und Zwang in einem System leben, sondern, dass wir in Liebe mit ihm verbunden sind und ihm vertrauen. Und darum geht es. Mann, du kannst mir Vertrauen, sagt Gott. Gib mir doch dein Herz. Was hält uns denn zurück? Misstrauen. Angst. Wir denken, ja, ich weiß schon selber besser, was gut für mich ist. Ich weiß schon selber genug. Ich brauche nichts. Wir glauben und vertrauen Gott nicht, dass er mehr weiß und dass er viel besser Bescheid weiß über das Leben an sich und auch über uns und unser Leben. Aber Gott wirbt hier um uns und sagt, vertrau mir doch. Gib mir dein Herz. Du wirst es nicht bereuen. Bring her zur Zucht dein Herz und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. das ist die eine Seite. Das ist unsere Sache. Es ist die Sache des Kindes, des jungen Menschen, dass er eine Bereitschaft hat. Wisst ihr, und das fehlt heutzutage oft, wir sind insgesamt in den Gemeinden, nimm es geistlich. Es ist so eine Konsumentenhaltung, eine Konsumentenkultur. Ich komme zur Gemeinde, ich gucke, ich bin Teil einer Gemeinde und ja, ich bin ein, ich habe dieses Herz eines Konsumenten und suche, ob ich was kriege für meinen Konsumwunsch, den ich habe. Und wenn mein Konsumwunsch in der Gemeinde gestillt wird, dann, ja, dann ist es eine gute Gemeinde, dann gehe ich da hin. Aber sobald irgendwo was ist, wo ich nicht das kriege, was ich gerne haben möchte, dann suche ich mir eine andere. Aber Gott möchte, dass wir nicht mit dieser Konsumhaltung kommen, sondern dass wir mit dieser Erwartungshaltung kommen, dass Gott uns formt, dass er uns verändert, dass er uns wachsen lässt. Ich möchte mich ausschrecken, danach von ihm zu lernen. Das hat Jesus immer gemeint, die Leute, die Menschen in die Nachfolge gerufen. Kommt, folgt mir nach. Er war ihr Rabbi, ihr Meister, ihr Lehrer. Sie wollten lernen von ihm. Das sollte unsere Haltung sein. und das wünscht er sich auch von seinen Kindern in der Gemeinde. Das sollte unser Herz haben. Ich möchte lernen. Dazu komme ich in die Gemeinde, weil ich lernen möchte. Ich möchte von Gott lernen und auch durch meine Geschwister, meine großen Geschwister. Und hier wird ein geistlicher Schuh draus. Gott hat uns auch geistliche Eltern gegeben, geistliche große Brüder und Schwestern, von denen wir was lernen können. Auch da funktioniert aber das Ganze nur, wenn wir eine Bereitschaft haben, uns etwas beibringen zu lassen, uns lehren zu lassen, uns erziehen zu lassen. Jetzt kommt die andere Seite in Vers 13. Das eine ist der, der erzogen wird. Er soll und muss ein offenes Herz haben, eine Bereitschaft zur Erziehung. Aber es geht auch anders, es gibt auch die andere Seite, derjenige, der Verantwortung hat in der Erziehung. Und hier spricht Gott zu uns als Menschen, die Verantwortung haben für Kleine. Entziehe dem Knaben die Erziehung nicht. Ich habe jetzt ganz bewusst umformuliert, weil das Wort Züchtigung natürlich immer ein bestimmtes Bild in uns auslöst und eine bestimmte Vorstellung in uns wach ruft. Das Wort ist hier aber besser Erziehung, weil es umfassender ist. Entziehe dem Knaben die Erziehung nicht, dem Kleinen, dem Jungen, dem Unerfahrenen. Lass uns noch einmal zurück gehen in Sprüche 3, Vers 27. Da steht umfassender etwas, wo auch das Wort entziehen oder enthalten vorkommt. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Es ist also etwas Grundsätzliches. Du sollst etwas Gutes nicht vorenthalten. Nicht entziehen dem, dem es gebührt oder man kann auch übersetzen dem, der es braucht. Wisst ihr, wir sind so schnell dabei als Christen, dass wir das Wort Sünde so verstehen, dass das all die Dinge sind, die man macht, die man nicht machen sollte. Also Gott sagt einem macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht und Sünde ist, wenn ich das mache, was Gott sagt, was ich nicht machen soll. Aber wisst ihr, was auch Sünde ist? Das nicht zu tun, was Gott sagt, was ich tun soll. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde, so steht es in Jakobus. Wenn du etwas Gutes tun kannst, die Unterlassungssünde ist ja Geschwister, die ist oft genauso schlimm und vielleicht sogar noch schlimmer als die Sünden, die wir so tun, wo wir die Grenzen Gottes übertreten und Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht steht, es zu tun. Geschwister, wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben für Dinge, die wir nicht tun können. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen darüber zu haben, dass Millionen von Menschen verhungern, weil ich kann die nicht alle füttern. Aber ich kann ein schlechtes Gewissen darüber haben, dass ich meinem Nachbarn nicht geholfen habe oder dass ich dem Mann auf der Straße, der hungrig ist, nichts zu essen gegeben habe. und darüber soll und muss ich auch ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn es um die Kleinen geht, ja, da sagen wir dann, ich kann das nicht, ich bin doch kein Lehrer, ich bin kein Erzieher, ich kann das nicht. Wisst ihr, viele Eltern sagen das. Viele Eltern sagen, ich kann meine Kinder nicht erziehen, ich kriege das nicht hin, ich habe das nicht gelernt, ich weiß nicht wie das geht. Sollen mal die Erzieher in der Krippe machen, sollen mal die Erzieher im Kindergarten machen, sollen mal die Lehrer in der Schule machen. Die haben das gelernt, ich kann das nicht. Wisst ihr, Gott gibt uns eine Aufgabe und mit der Aufgabe gibt er uns auch die Fähigkeit es zu tun. Gott ist nicht ein Unmensch, Gott ist ein liebender Vater. Wenn er uns Aufgaben gibt, dann will er uns auch lehren darin, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Er ist ein guter Vater. Aber die Frage ist, bist du bereit, bring dein Herz, lass dich lehren, andere zu lehren. Lass dich von Gott unterweisen, andere, deine eigenen Kinder oder junge Menschen zu unterweisen. Lass dich von Gott doch lehren, lass dich von Gott heranziehen, lass dich, wachse doch dahin, dass du selber Lehrer bist. Das sagt uns im Hebräerbrief, gibt es diese Stelle im Hebräerbrief, wo der Schreiber sagt, hey Leute, ihr solltet eigentlich nach eurem Alter schon selber Lehrer sein und damit meint er das geistliche Alter. Du bist schon so lange gläubig und bist immer noch ein kleines Baby, wenn es um den Glauben geht. du solltest doch eigentlich schon so weit sein, dass du selber andere lehrst und unterweist, sie ermutigst, sie aufbaust, sie stärkst, sie lehrst in der Gerechtigkeit Gottes, ihnen das Wort Gottes weitergibst. Also es gibt doch eigentlich ein natürliches Wachstum und warum sind wir nicht gewachsen? Weil wir unser Herz nicht bereit gestellt haben und gesagt haben, Herr, hier ist mein Herz, erziehe mich, lehre mich, dass ich wachse. Wir haben uns zurückgesagt und wisst ihr, oft ist es eine falsche Demut. Wir sagen, ich kann das nicht, ich werde das auch nie können. Ich werde nie anderen was weitergeben können. Ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Wisst ihr, wer das auch gesagt hat? Mose, der Lehrer Israels, der mächtige Prophet Israels hat gesagt, ich kann nicht reden. Lass mal, schick mal jemand anders. Wenn er es mit Mose machen kann, auf so krasse, mächtige Weise, wer bist denn du? Meinst du, Gott kann es nicht mit dir machen? Meinst du, Gott, der das Universum geschaffen hat, kann dich, kleines Menschenlein, nicht dazu Befähigung ausrüsten, für jemand anders, ein guter Lehrer zu sein? Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter? Wisst ihr, alles, was Gott will, ist, bring mir dein Herz. Du musst nichts machen, du musst nichts können, du brauchst keinen Abschluss, du brauchst nicht irgendwie, du kannst so kommen, wie du bist, mit all deinen Schwachheiten und all deinen Fehlern, aber Gott sagt, komm und bring mir dein Herz und lass dich von mir erziehen, so wirst du wachsen und ein Erzieher und ein Helfer, sozusagen ein Mithelfer in der Erziehung Gottes für andere sein. Und wenn du gewachsen bist, dann enthalte, anderen das nicht vor. Guck mal, jeder von euch, die ihr aus dem Geist geboren seid, die Gott, Gott hat dir seinen Geist gegeben. Er hat dich, den lebendigen Gott erkennen und erfahren lassen. Wisst ihr, jeder von euch, die ihr, jeder von uns, die wir aus dem Geist geboren sind, wir wissen um so viel mehr als alle Menschen, die nicht das haben. Ja, das sind alles so kluge Leute, die haben so viel Ahnung, die wissen so viel, ja und die beeindrucken uns mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit und ihrem Können und wir sagen, oh ich kann da gar nichts sagen. Aber ich ermutige euch hier als euer Bruder, du hast so viel mehr, du hast unendlich viel mehr, denn du hast den lebendigen Gott erkannt und du hast vielleicht nur ein oder zwei Bibelferse, die du noch nicht mal dem Wortlaut nach genau auswendig kennst, du kennst nur so dem Inhalt nach, so ungefähr. Ja, das Evangelium, wie soll ich denn das Evangelium jemandem erklären? Hey, entspann dich. Nochmal, du hast so viel mehr schon jetzt erkannt und erfahren und weißt so viel mehr, das wissen die alles nicht, die kennen das nicht und wisst ihr, sogar ein Theologieprofessor, der die ganze Bibel auswendig kann, aber keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Du kannst ihn lehren, anhand dessen, was du von Gott gelernt hast, was er dir beigebracht hat. Entziehe das den Menschen nicht, enthalte ihnen das nicht vor. Gott sagt, tu was, komm in Bewegung, aber ich kann nicht. Doch, du kannst, komm, ich helfe dir, ich gebe dir alles, was du brauchst, komm, ich nehme dich an die Hand, lass uns mal zusammen losgehen. Öffne deinen Mund, ich will ihn füllen mit den Worten, die du brauchst. Aber zieh dich nicht zurück auf deine Schwäche, zieh dich nicht zurück auf deine Bequemlichkeit. Und das ist oft die Ausrede, ja, wir haben es oft gehört in den Sprüchen, oder? der Faule. Ja, und im tiefsten Inneren ist das eigentlich von vielen von uns das Problem, dass wir faul sind. Und das muss gekreuzigt werden. Diese Faulheit, die führt dazu, dass ein Knabe, ein junger Mensch, nicht das bekommt, was er braucht. Diese Erziehung, die braucht er. Das Kind braucht diese Wegweisung, diese Unterweisung, die Leitung, die Führung. Das Kind braucht die Orientierung. Entziehe dem Knaben die Erziehung nicht. Das Kind braucht es, es ist gut für das Kind. Noch mehr, hier kommen jetzt die heftigen Worte, da kommen wir später zu. Ich will einfach den Fokus darauf lenken, was das Wort geistlich zu bedeuten hat. Wie gesagt, dass wir nicht im Gedanken in ein falsches Bild hinein rutschen und dann nicht mit klarkommen. Hier steht, wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber rettest sein Leben vom Scheol. Worum geht es hier? Erziehung soll dazu dienen, das Kind zu retten von dem Tod. Wisst ihr, alle, die diese Verse missbrauchen, um Schutzbefohlene, schwächere Menschen Gewalt anzutun, ihre Macht auszuleben, die missbrauchen das Wort Gottes. Das Ziel ist, Gottes Ziel ist, das Leben. Die Erziehung dient dazu, das Leben dieses Kindes zu schützen. Gott sagt uns, du musst aufpassen, du musst dein Kind, deinen Schutz befohlenen, über den du Verantwortung hast. Du hast eine Aufgabe, dieses Kind zu schützen, zu bewahren davor, dass es stirbt. Wisst ihr, es geht in diesem Ganzen hier wirklich um Leben und Tod. Und das Leben kann so schnell zu Ende sein, so Puff. Gestern haben viele von uns das doch mit gekriegt, oder? 25 oder Mitte 20 oder so, Spitzensportler, voll drin, voll in Aktion und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, bricht leblos zusammen. Kann mir nicht passieren, oder? Ich bin ja kein Spitzensportler, aber das kann auch dem faulen Sack auf dem Sofa passieren. Herzinfarkt, Bums, weg, Feierabend. Von einem Moment auf den anderen. Wir sind da nicht sicher. Wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Gott hat uns das Leben gegeben und er kann es uns in jedem Moment wieder nehmen. Wir können uns da nicht drauf verlassen. Deswegen sagt Gott, hey, gib mir dein Herz, jetzt, gib es mir jetzt, heute, heute ist der Tag, warte nicht auf morgen. Er rüttelt und er sagt in seinem Wort, bedenke, denk darüber nach, übers Sterben, das macht dich klug, das macht dich weise, dass dein Leben plötzlich zu Ende sein kann, das macht dich weise. Denn wenn du stirbst, wisst ihr, dann ist nicht alles aus, dann ist nicht einfach alles nur schwarz. Manche sagen ja, Herzinfarkt ist super, zack, weg bin ich. Nee, dann bist du nicht weg. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann das Gericht. Dann ist die Abrechnung, die Endabrechnung. Bin ich darauf vorbereitet? Als Christ sollte ich jeden Tag darauf vorbereitet sein, vor dem Herr zu stehen. Und das bin ich nicht dadurch, dass ich mir jeden Tag die größte Mühe gebe und ein perfektes Leben führe. Das kriege ich nicht hin. Ich krampfe mich total ab. Wisst ihr, wie ich möchte, dass ich jeden Tag den Ruf Gottes höre, komm und dann komme, so wie ich bin und ihm mein Herz gebe. Hier ist mein Herz. Ich will lernen von dir. Heute will ich lernen. Zeig mir, was du heute für mich hast. Gott ist so ein liebender Vater. Wie gesagt, wir kommen als kleine Babys auch im Geistlichen auf die Welt. Und wir können nicht reden, noch nicht mal richtig essen, wir können nicht laufen, wir können nicht sitzen, wir können nur schreien und scheißen. Auch das können wir noch nicht mal richtig. Auch da brauchen wir Unterstützung. Alle die Babys hatten oder haben, die wissen das. Wir sind so hilfsbedürftig. Wir können nichts. und unsere Eltern mühsam lehren und zeigen sie uns alle einfachsten Dinge des Lebens. Leiblich, seelisch, geistlich. Und wisst ihr, wir sind doch geduldig. Wir sagen doch nicht einem Kind jetzt hier, das jetzt gerade laufen lernt, die ersten Schritte macht. Also da fehlt echt noch viel, du musst echt noch, also seh mal zu, das ist ja noch gar nichts. Zwei Schritte, 100 Meter in 10 Sekunden, ja, das, das nehme ich. Aber die zwei Schritte, komm, vergiss es. Also, los jetzt, ran. Was machen wir als Eltern? Wir, die wir böse sind, wie Jesus sagt, ihr, die ihr, böse Eltern seid, was macht ihr, wenn eure Kinder die ersten zwei Schritte laufen, hurra, wir feiern ein Fest, das Kind ist zwei Schritte gelaufen, es läuft, so sind wir, die wir böse sind, wie viel mehr unser Vater im Himmel, der sich über uns kleine Babys erbarmt und sagt, ja, du bist mein Kind, der uns nährt und pflegt und uns heranzieht und sagt, komm, geh den wir fassen sie an den Händen und sagt, los, komm, ja, hurra, und das Baby so, hei, hei, kein Lauf, ne, so ist Gott, unser Gott ist so, Geschwister, unser Gott ist so, und noch viel mehr, voller Geduld und Liebe und Ermutigung und Stärkung, wisst ihr, und das ist so wichtig in der Erziehung, dass wir ermutigen und stärken, Lass uns einmal ins Neue Testament gehen, Epheser 6, da steht dasselbe, Kapitel 6, Vers 1, auch da geht es erstmal um die Kinder, um die, die erzogen werden, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, interessant, diese Hinzufügung, im Herrn, gehorcht euren Eltern, dann bist du ein Kind, das noch zu Hause wohnt, gehorcht deinen Eltern, blöde Botschaft, mag ich nicht, gehorcht deine Eltern, im Herrn, was bedeutet dieses im Herrn, das bedeutet einerseits, würde ich sagen, das sind geistliche Eltern, Gott hat auch geistliche Väter und Mütter gegeben, Paulus sagt es einmal sogar, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium, wisst ihr alle, die unter uns hier sind, die keine, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben oder deren Kinder vielleicht schon groß geworden sind, Gott hat uns mit Samen ausgestattet, seinem Wort, um diese Samen auszusehen und dadurch geistliche Kinder zu zeugen. Wisst ihr, und diese geistlichen Kinder, die sollen aber nicht nur geboren werden, sondern die müssen auch genährt und gepflegt und herangezogen werden. Aber die Kinder, die geboren sind, sie sollen ihren Eltern gehorchen, weil sie mehr Lebenserfahrung haben, mehr Weisheit haben, weil sie weiter blicken können, weil sie schon die ganzen Gefahren des Lebens kennen. Es ist gut, den Eltern zu gehorchen. Sie haben, wisst ihr, unsere Eltern, sie haben sich uns hingegeben, sie haben gedient, sie haben Tag und Nacht sind sie vor uns da gewesen, sie haben uns genährt und gepflegt, sie haben uns Wegweisung gegeben für unser Leben. Warum sollten wir ihnen denn misstrauen? Gehorcht euren Eltern, folgt ihnen doch, das ist gut. Im Herrn heißt aber auch im Vertrauen auf den Herrn, wisst ihr, nicht unsere Eltern, unsere leiblichen Eltern, auch unsere geistlichen Eltern sind ja nicht fehlerlos und im Herrn heißt im Vertrauen auf den Herrn, nicht weil die Eltern so klasse sind, weil die so perfekt sind. Gott ist ja, Gott weiß doch mehr als wir wissen. Wir sind so doof, als kleine Kinder denken wir unsere Eltern sind Superman und hier Super Super Woman, Cat Woman. Also das sind die Helden, das sind die Größten, wenn wir noch klein sind, aber relativ bald oder vielleicht erst später merken wir, nee, so doll ist das nicht mit meinen Eltern. So weit her ist das nicht. Da sind doch echt viele Fehler und Macken, weil dann brauche ich denen auch nicht gehorchen. Wisst ihr, wir haben in uns, in unserer DNA, haben wir das Gen von Adam und Eva, das Sündergen. Und das Sündergen, das ist das Gen, was nicht vertraut, was sich nicht unterordnet, was sein eigener Herr sein will. Und so finden wir das in jedem Kind. Schon die Kleinen, die haben so ihre Phasen, ihre Trotz Phasen, wo sie aufbegehren, wo sie nicht gehorchen wollen. Nicht weil das, was die Eltern sagen, nicht gut und richtig ist, aber einfach weil sie nicht wollen. Ich will nicht. Ich will was anderes. Du sagst mir, ich soll nicht auf die Straße rennen, ich will aber. Wieso? Ich verstehe nicht. Was meinst du mit Autos? Hier sind doch keine Autos. Wie? Die sind zu schnell, ich kriege das nicht mit. Ich kriege doch alles mit. Ich kann das, ich weiß das. Und dann kommt dieser Trotz und dieser Widerstand. Widerstand. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Es ist Quatsch. Lass das. Hör auf damit. Das ist Mist. Gehorche deinen Eltern. Weil dieser Widerstand nicht richtig ist, es kommt aus deiner Sündernatur heraus. Wisst ihr, es gibt echten, guten Widerstand, den wir leisten sollen und müssen. wie Petrus das gesagt hat zu den hohen Priestern, die über ihn gesetzt waren, die in Autorität waren. Wisst ihr, es war so wie bei David. König David war als König gesalbt worden, als junger Mann, aber es war gerade ein anderer König, den hatte Gott vorher gesalbt, den König Saul. Aber Gott hatte gesagt, der gehorcht mir nicht, der ordnet sich mir nicht unter, ich habe ihn verworfen, ich suche mir einen anderen König, der nach meinem Herzen ist. Und dann hat er David genommen und hat ihn zum König gesagt. Aber wisst ihr, er hat es weiterhin so zugelassen, dass Saul weiterhin König geblieben ist in Israel. Und David, er wurde nach einer kurzen Zeit von Saul verfolgt. Aber Saul hat, David hat sich nicht selber zum König gemacht. Er hat nicht irgendwie eine Mannschaft genommen und Saul abgesetzt. Nein, er hat sich untergeordnet und hat gesagt, sogar in einer bestimmten Situation, als ihm die Möglichkeit gegeben war, Saul zu töten, hat er gesagt, nein, ich taste den Geseibten des Herrn nicht an. Er hat das gesagt, obwohl er selber der Geseibte des Herrn, hat er die Autorität Sauls nicht angetastet, sondern hat es Gott überlassen, zu seiner Zeit, Saul tatsächlich auch abzusetzen und ihn als König einzusetzen. Und so waren die hohen Priester auch eingesetzt. Sie hatten die Autorität von Gott, obwohl sie ihrer nicht würdig waren. Und Petrus und die Apostel haben diese Autorität geachtet, respektiert. aber an einem bestimmten Punkt hat Petrus gesagt, also urteilt bei euch selbst, ob man nicht Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und sie haben den hohen Priester nicht darin gehorcht, in dem einen, was sie ihnen aufgetragen haben, redet nicht mehr über Jesus. Es tut mir leid, ich habe von Gott einen anderen Auftrag. Ich muss von Jesus reden. Auch wenn du über mich gesetzt bist, hier muss ich dir widersprechen und muss anders handeln und darf dir nicht gehorchen. Und solche Momente gibt es auch, wo Kinder ihren Eltern nicht gehorchen sollen, wo sie Widerstand leisten müssen, in aller Ehrbarkeit, in aller Sanftmut und Demut, aber dennoch Widerstand leisten. Nein, das mache ich nicht. Wissen ihr, aber wir sollten uns hüten, dieser Widerstand, wir sind schnell dabei, unseren Widerstand, unseren Ungehorsam zu rechtfertigen durch. Man muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da müssen wir uns sorgfältig prüfen, ist mein Widerstand nicht doch eher begründet in meinem sündigen Fleisch oder ist es tatsächlich der Gehorsam gegenüber Gott, der mich hier hineintreibt in den Widerstand. Denn es sind ja beides Gebote Gottes. Ordne dich deinen Eltern unter, gehorche ihnen, folge ihnen und sei mir gehorsam. Das ist ja beides Gottes Gebot. Und nur wenn es wirklich im totalen Gegensatz steht, bin ich gerufen, eine Entscheidung zum Gehorsam gegenüber Gott zu treffen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. Ja, es ist eine Verheißung drauf, sich zu entscheiden. Okay, eigentlich habe ich totalen Widerstand in mir gegen das, was meine Eltern mir sagen, aber gut, ich mache es. Ich und am Ende bist du der Gesegnete. Und jetzt geht es weiter in Vers 4, ihr Väter oder man kann auch übersetzen, ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht oder in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Interessant ist, dass es anfängt damit, dass wir uns selbst prüfen sollen, unser eigenes Verhalten den Kindern gegenüber. Als Erzieher, als Lehrer, als diejenigen, Verantwortung über Jüngere haben. Nutz deine Machtposition nicht aus. Hab nicht deinen Spaß daran, die Schwächeren zu provozieren. Das sollte nie und nimmer deine Haltung sein. Provozier sie nicht. Provozier sie nicht zum Widerstand. Wie gesagt, wir haben das ja sowieso in uns. Aber wir sollen es als Eltern nicht auch noch provozieren. Sie sollten nicht einen Grund in uns haben zur Rebellion. Ja, du bist ja auch so, Papa. Wenn wir uns querstellen, wenn wir uns ihnen nicht zuwenden, wenn wir auf unsere Rechte pochen und unsere Rechte bestehen als Ältere, als Väter. ja, du musst mich auch ehren. Nein, unser Herz sollte so sein, ich will das nicht provozieren, ich will das nicht herausfordern in dem Kind, diesen Widerstand. Ich will mich da nicht, ich will da nicht meinen Spaß dran haben. Das ist überhaupt nie und nimmer Gottes Herz. Sein Herz ist, dass wir unsere Kinder lieben, für sie da sind, uns um sie kümmern. Hier steht, zieht sie auf, ernährt sie, füttert sie, ihr Papas, nehmt die Flasche in die Hand und steckt sie eurem kleinen Sauger in den Mund, dass sie ordentlich satt werden, zufrieden, stark, gebt ihnen gutes Futter, nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele. Was ist denn das gute Futter? Ist Ermutigung, Zuwendung, ein Zeichen, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich nehme mir Zeit für dich, ich höre dir zu, ich nehme Anteil an deinem Leben, du bist mir wichtig. Ja, und wisst ihr, das was, diese ganze Zuwendung, wisst ihr, was das bewirkt in dem Kind? Vertrauen. und erst wenn unsere Kinder uns vertrauen, geben sie uns auch ihr Herz zur Erziehung, dann öffnen sie sich uns, dass wir sie leiten können und erst da können wir sie dann auch ziehen, erziehen. Da können wir ihnen gute Dinge zeigen, sie in gute Dinge hineinführen, in die guten Dinge Gottes hineinleiten. Wir können sie zu guten Werken ermutigen und zu Liebe, wir können sie dann auch korrigieren, auf eine Weise, die sie erreicht. Wisst ihr, Gott will ja nicht uns zwingen in dieses Korsett und wir sollen auch unsere Kinder nicht in ein Korsett zwingen, sondern wir sollen sie erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Auf dieselbe Weise, wie der Herr uns erzieht, sollen wir unsere Kinder erziehen. Mit derselben Liebe und Hingabe, mit der Bereitschaft uns selbst hinzugeben, uns selbst kreuzigen zu lassen, die Leiden auf uns zu nehmen, die Verantwortung auf uns zu nehmen. Und von daher machen dann diese Worte Sinn hier in Sprüche 23, wo ich zurückkommen will, hier zu der Rute. Wisst ihr dieses mit der Rute schlagen? Wenn sowas passiert, wie gestern Abend zum Beispiel, das ist ein Schlag. Da sind zigtausende im Stadion und noch viel mehr, Millionen an den Fernsehgeräten. und da wird tatsächlich jemand geschlagen, der hat einen Herzschlag oder wir sagen ja auch Schlaganfall oder was auch immer, was er hatte. Fällt da auf den Boden vor aller Augen und was passiert? Die Leute erschrecken. Vollig erschrocken. Das ist ein Schlag. Natürlich für ihn ist es ein Schlag. Und für alle anderen ist es auch ein Schlag. Er wurde wiederbelebt auf dem Feld. Hat das Leben, es ist wieder am Leben, hat eine zweite Chance bekommen. Hoffentlich nutzt er sie. Aber wir alle sind auch geschlagen in diesem Moment. Und das meint das Wort. Wisst ihr, Gott schlägt uns tatsächlich heftig teilweise. Da kommen solche Schläge ins Leben hinein, die wehtun, die uns herausreißen aus unserer Selbstverständlichkeit, Wahrheit. Weil wir so blind sind und uns so von ihm entfernen, weil wir unser Herz, weil er uns liebt und wir aber uns konsequent verweigern, ihm unser Herz zu geben, zur Erziehung. Er liebt uns aber und will uns nicht in unser Verderben rennen, deswegen gibt es diesen Schlag, der plötzlich wehtut und der plötzlich uns aufschreckt. Aber Gott macht das nicht, um uns zu verprügeln, weil er Spaß daran hat, uns wehzutun. Gott hat keinen Spaß daran, uns wehzutun. Er tut es, um uns ins Leben zurückzuholen. Wisst ihr, und manchmal sind solche Erziehungsmaßnahmen auch notwendig bei unseren Kindern, dass wir ihnen eine Grenze setzen, die wehtut, um sie vor dem Verderben und vor dem Tod zu bewahren. Aber Geschwister, das ist sozusagen das äußerste Mittel. Hier wird uns gesagt, hey, hab keine Angst davor, sei nicht ein solcher Vater oder eine solche Mutter, die es nicht ertragen kann, dass das Kind mal weint, weil du eine Grenze gesetzt hast. Das Kind kommt dadurch nicht um. Wenn du eine, ja, auch tatsächlich mal, weil das Kind die Grenzen übertreten hat, eine Strafe durchführst, dass das Kind merkt, es kann nicht einfach diese Grenze übertreten, weil das tut weh. Das muss sein, das ist wichtig. Wappne dich, du tötest das Kind nicht, es stirbt nicht, auch wenn es manchmal so schreit, so ein kleines Kind, was die Grenze aufgezeigt bekommt, ein Nein kann manchmal für ein Kind solch ein Schlag sein, dass es schreit, als ob es stirbt. Und dann musst du als Vater, als Mutter dich nicht in falscher Weise erweichen lassen und dem Kind nachgeben, weil dann entziehst du dem Kind das Gute, nämlich die Erziehung, die es braucht. Die Grenze, die jetzt notwendig ist, auch das Leiden, was jetzt notwendig ist, um das zu lernen und zu verstehen, wenn ich diese Grenze übertrete, dann geht es mir schlecht, dann renne ich in mein Verderben. Wenn ich über diesen Bordstein hinüber gehe, dann sterbe ich. Nicht jetzt sterbe ich, wo mir das so wehtut, dass meine Freiheit beschränkt ist, dass ich diesen Weg nicht machen kann, nicht dadurch sterbe ich, sondern ich sterbe, wenn diese Grenze nicht da ist. Ich renne in mein Verderben, wenn diese Grenze nicht da ist. Geschwister, aber hier ist nochmal wichtig, wisst ihr im Herrn erziehen, nicht unsere Maßstäbe. Jesus hat das einmal gesagt, er hat gesagt, ihr richtet Menschen Worte, ihr macht Menschenworte zu Gesetzen und zu Geboten Gottes und knechtet die Menschen. Wisst ihr, wir sollen hineinführen in die Gebote Gottes, das sollen unsere Maßstäbe sein und das ist das, was wir unseren Kindern weitergeben sollen. Das ist das, was sie vor dem Verderben schützt. Nicht unsere Traditionen, nicht unsere Familien Gesetze, das ist es nicht. Und lass uns da weitherzig sein. Diese Dinge, die können auch verändert werden. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, die ein Menschen vor dem Verderben, vor der ewigen Verderben rettet, das sollte uns persönlich wichtig sein und es sollte dann auch das sein, was wir unseren Kindern weitergeben, was ihnen wichtig werden sollte. Wisst ihr, ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, aber diese Rute, das Schlagen, es wird auch im Alten Testament auf das Gewissen bezogen. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass David sich versündigt hat und dann sein Herz ihn schlug. Und das ist eigentlich das, was wir tun in der Erziehung, wir bilden das Gewissen heraus, wir richten das Gewissen eines Menschen in die richtige Richtung aus. Das, was die Kinder aufnehmen in ihr eigenes Wertesystem, in ihre eigene Wertevorstellung, das prägt sie ihr ganzes Leben lang. Das haben wir auch in den Sprüchen gelesen. Wenn du den Jungen früh den Weg lehrst, der wird davon nicht abweichen, auch wenn er alt ist. Diese Prägung des Gewissens und das schenkt Gott uns auch immer wieder neu, aber für uns als Eltern ist das eine wichtige Sache und dann haben sie in sich eine Rute, die sie schlägt, wenn sie die Grenz übertreten wollen. Ich habe so ein Gelüste nach Schokolade, ich ja, wo sie liegt. Ich frage nicht erst, nachher kriege ich ein Nein, ich nehme mir einfach. Dann die Stimme innerlich, die Rute, die schlägt, mach das nicht, mach das nicht. Und dann, ich will aber, und dann essen sie, und dann, oh, dann wird die Rute härter. Das hättest du nicht machen dürfen. Und so bohrt das Gewissen, das Gewissen schlägt uns. Und das ist gut. Wir sollten das Gewissen nicht unterdrücken, sondern uns von dem Gewissen dann leiten lassen. Ja, dann gehe ich zu meinem Mama und Papa. Ich habe Schokolade genommen. Bitte, es tut mir leid. Und was sollten wir als Eltern machen? Das ist gut, dass du aufrichtig bist. Hier steht es. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz. Und meine Nieren jubeln, wenn deine Lippen aufrichtiges reden. Auch im Sündenbekenntnis. Wir sollten unsere Kinder gerade darin bestärken, dass sie ihrem Gewissen folgen, ihre Sünde bekennen. Wir sollten sie nicht dadurch entmutigen, wenn sie ihre Sünde bekennen, dass wir sie dann fertig machen. Wie kannst du nur? Nein, das sollte ihnen Freude machen. Sie sollten wissen, genau das ist das Richtige, dem Gewissen zu folgen. Am besten noch, bevor ich was tue, was Gott nicht möchte, oder etwas unterlasse, was ich nicht hätte unterlassen sollen. Und diese ganzen Dinge, wie gesagt, das gilt nicht nur für Eltern, die jetzt leibliche Kinder haben, sondern es gilt für uns als Leib Christi. Wir sind eine Familie. Es gibt eine Menge Geschwister, die jung im Glauben sind, die diese Zuwendung brauchen, diese Lehre, die Unterweisung. Jesus hat die Jünger losgeschickt und gesagt, macht zu Jüngern, alle Nationen, lehrt sie zu halten, alles was ich euch geboten habe. Es fängt nicht mit Bekehrung an, oder hört nicht mit Bekehrung auf. Wir haben eine Verantwortung nicht nur dazu, geistliche Kinder zu zeugen, sondern sie auch groß zu ziehen. Ich weiß nicht, wenn du schon lange im Glauben bist, hast du jemanden, den du ermutigst, den du stärkst, der Jünger im Glauben ist? Gibt es Leute, um die du dich kümmerst, für die du da bist, die du stärkst und ermutigst, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen, die du lehrst, die du unterweist? Wie gesagt, der Zeit nach solltest du doch schon ein Lehrer sein. Schau dich um in der Gemeinde, hier gibt es einige, die erst jung im Glauben sind. Du kennst sie vielleicht gar nicht, aber jetzt haben wir die Chance, uns kennenzulernen. Lad doch jetzt nach dem Gottesdienst, lauf nicht gleich weg. Wir brauchen nicht sofort wegzulaufen, wir sollen dann schon gehen, wir sollen hier nicht jetzt noch lange rumklüngeln, aber du kannst mit ein oder zwei Leuten oder zwei Haushalte, drei Haushalte, du kannst dich verabreden, trefft euch doch heute Nachmittag. vielleicht ist hier noch jemand, den du nicht kennst, der ganz neu ist, der vielleicht sich frisch bekehrt hat, der gerade getauft ist. Lern ihn doch mal kennen. Sei mutig und vertraue Gott, dass Gott dir das gibt, was du brauchst, um ihm auch Gutes weiterzugeben, um ihn zu ermutigen im Glauben. Lass uns daran weiter wachsen. Jesus, wir danken dir, du freust dich, wenn wir weise handeln, wenn wir das aufnehmen, was du uns lehrst, bitte schenk du uns das, dass wir heranwachsen und echt gute Lehrer, gute Pädagogen im Reich Gottes werden, gute Eltern, gute Väter, gute Mütter, auch an leiblichen Kindern, auch den Kindern hier in der Gemeinde und darüber hinaus Kinder in unserem Umfeld, junge Menschen, Herr, schenk du uns ein weites Herz und diesen Trieb, auch Menschen zu lieben, ihnen Gutes zu tun, ihnen nicht das Gute vorzuenthalten, das gute Wort, was du uns gegeben hast, die gute Lehre, die guten Dinge, die wir von dir gelernt haben, manchmal haben wir sie auf schöne Weise gelernt, manchmal auf die harte Tour, Jesus, aber ist alles gut, was von dir kommt, du bist vertrauenswürdig und du lehrst uns auf gute Art und Weise, selbst da, wo du manchmal auch schlägst, dann sind es Schläge, die zum Leben führen, so beten wir, dass du uns alle daran segnest, die Dinge, die wir gehört haben, zu überdenken, zu bewahren in unserem Herzen und uns danach auszustrecken, mehr zu werden, wie du, Herr. Amen.